Hier ist Dani Felber mit einer ganz persönlichen Nachricht im Auftrag der Tertz-Stiftung. Liebe Werner, wir wünschen dir frohe Weihnachten und ein gesundes 2021. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Anno y Felicidad. We want to wish you a Merry Christmas, we want to wish you a Merry Christmas, we want to wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Joyeux Noël, Merry Christmas, frohe Weihnachten.